Die eine ist noch mehr oder weniger geradeaus. Und die andere hinter uns. Welche Quest? Die Erinnerin und der letzte seiner Art. Okay. Alles klar. Na dann. Na? Mhm. Wut? Ja, direkt daneben. Weil, ja, kalakka, blablabla. Scheint das hier unten zu sein, oder? Oder wo? Die steht doch da. Direkt neben uns. Bisher ist sie nicht. Jetzt ist sie. Kick das mal bitte. Was soll ich kicken? Ja. So, hey, 109. Ich bin aufgestiegen. Danke schön. Ich gratuliere dir, ne? Das ist ja super nett von dir. Mhm. Jetzt sind wir hier bei den Nagern. Jetzt gehen hier wohl die Fresse heute. Aber wir können hier direkt runtersegeln. Hallo? Ach so, segeln. Oh, scheiße. Ich kann nicht segeln. Ich kann nicht ganz kurz mal die Fresse heute machen. Voll übertrieben, ey. Nur sowas voll. Ich glaube, ich bin wieder jetzt. Ich bin wieder ruckelt, das. was machst du da kämpfen die brauchen wir irgendwie das musst du mir doch sagen siehst du das nicht guck doch sonst schreit sie mich du weißt auch ein Weg da nach oben ich wollte den Typen wenn mir ruckelt es auch so minimal oh jemand greift ihn schon an so ich ich muss zuerst etwas und wir haben die Rübe er kommt zu spielbruder was ist da? hm? ich hab nur umgeguckt ich hab keine unig du hast du hast es so meisterliche Brustplatte braun oh guck mal guck mal komm lass mal die hier nehmen ihr pult ja alles hier oh scheiße war auch noch ein Elite oh da tun wir natürlich leut das war ja nicht so gut geplant oh 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 shit also wo kommt denn der Helfer hier wozu hat man die eigentlich wenn die nie kommen doch nicht okay Brustplatte immerhin trotz allem hat sich ja gelohnt ich kann nicht aufmaunten ich auch nicht jetzt kann ich auch nicht das habe ich nämlich gerade schon verwendet ich krieg schon irgendwoher noch Schaden ich krieg ab und zu so ein Ding irgendwie im Kopf hier ich krieg ab und zu so ein Ding irgendwie im Kopf hier teuer das sieht man ne 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 was führt euch hier Uwe Krimpeln 9 ich bin nur die Angegnung nur so die Pro Pro was ist jetzt los wenn sollen wir anspucken krass n hier mal sie meinte spuckt ihn vor mir an, falls ihr die Gelegenheit dazu habt ich hab's schon, da hab ich eigentlich für sie ihn anspucken ich habe mein Volk enttäuscht auf ein Wiederschein da aber gibt sie viele wenn es wenn wir mit dem Platz Oberlo ich muss nicht was zum Fressen kaufen Da irgendwo unten ist ein Händler zum, irgendwo muss man hier reparieren Wo gibt's Wutter hier? Wo gibt's keins Was brauchst du denn zu fressen? Ich nehm mir die Mini-Rochen Einfach nur so zum Fressen Ach, da hätt ich noch genug gehabt Ja, jetzt hab ich Ich hab so viele Makrelenstreifen, ich kann dir noch welche geben Viel Glück Bist du denn Oh, danke 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 Ja doch Okay Ich hab über 100 davon gehabt, über 125 oder so Hast du gekocht? Ich hab immer noch 20 Jahre, aber ich hab ein bisschen Lust gelten Ich hab immer noch 20 Jahre, aber ich hab ein bisschen Lust gelten Was müssen wir jetzt machen? Ja Hm? Ob muss ich denn jetzt gucken? Ja, du Im Prinzip müssen wir ja überall hin Nachtelfenkircher Älteste, irgendwas gefunden Bla 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 Und hier oben auch ein Labber Und da unten ein Dingeling Also Also Wupp Gart aus Warte, ich verkaufe noch Ich hab so viel Müll hier Okay Okay Na Ok 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 Da oben So einen Ok Und hier müssen wir die Kirche sammeln Hör Bedeutet Ja Ich bleib ständig an irgendwas hängen all war also umbrettern hier hier sind die moguls hier heute wissen Moro um vorher die scheiß Flaschenkosten nehmen ich bin an eurer Seite ich brauche ein Ziel ich glaube die Knöchel kriegt man schnell zusammen guck mal, das ist auch noch Ramo gut da vorne der fette da oben, siehst du den? oi 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 guck mal, alles was er cast hat heißt, Mökelgergerger guck mal, alles was er cast hat heißt, Mökelgergerger hm 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 alter, ich will die Akku nicht haben so weg hm 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 Frech und blaue Perle Cool Er ist Ausdauer drauf Am allem ist Ausdauer Oder nicht Wenn ich die anlege Habe ich minus 651 Ich hatte davor auch Ausdauer Ja für mich ist sie nix Ausdauertempomeisterschaft Geil Ich hab hier nichts besseres Ach kommst du auch schon ja Er ist eigentlich frech ey Alter man muss sich hier echt den Arsch aufreißen Weil man dann ja wieder hier irgendwie ihre Nägel lackiert hier so Ist schon nicht einfach hier ey nicht Ja Ich muss zuerst etwas anwesend Nein hier ist hier Ich bin Ich bin Das ist ein paar Lalle Lalle Guggenie 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 Okay den Fuck haben wir auch fertig geshittet Ich hab alle Na jetzt ist hier oben irgendwo was Die Guggenie 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 Oh scheis Ich wollte auf den Monden voll unter Guggenie Ist das der Ist das der nächste Ich würd sie gar anfangen Ich würde ja anfangen Im Wramo Deutsch Schnabel Ja, der lässt sich ganz schön bitten, ne, der Bangle Mhm Nur 7000 EP Achso, der eine gab da auch noch Mhm Äh, aber wie, ne? Oh, fast du uns schnell aufbauen Ich glaube, wir müssen runter, ne? Ja, und da oben ist auch noch eine Quest Nehmen wir den gleich mit an, oder? Mal runter Runter Die liegen ja in so einer Eier, oder so Mhm Mh Picken Ah, na Darf man nicht mehr wechseln Wenn du im Buchstaben ausstausst, ne, dann... Bist du schon drin? Wo drin? In wem? Also, ne, wo, was? Vor drin Ne, ich hab hier grad noch eine Backe Weil die machen immer hier Fick-Ell-Pickend, ne? Äh Äh Äh, aber jetzt können wir in die Höhle Mhm Ich wurde hier fertig durchgepickt Oh Bist du auch mal in der Höhle irgendwann? Ja, ich bin da Achso, hallo Falls du mich nicht siehst Ne, der ist so fett, dass ich das nicht Ja Durchgegrillt So, fertig Ich Okay, wir haben die Augen Äh Ist da nix? Wie, wo, was? In der Höhle sonst, ne? Ne, nur Ehe Okay Sein A-Loch So, jetzt machen wir die Eier Hm Ja Ach, oder weh Du klangst grad ziemlich abgehackt, wenn du wirst Hm Da ist ein Ei Okay Äh Ich bin nicht ins Wasser Äh, ich steh direkt neben einem, der macht überhaupt nix Ich glaub der ist verpackt Hakenklingende Salzaugen Der macht so irgendwelche Sachen einfach ins nichts Wo bist du denn eigentlich jetzt schon wieder? So Ja, was denn? Wieso hast du schon fünf Eier? Ja Das ist jetzt verboten, oder was? Und jetzt ruh ich mir hier das sechste und fertig So Hab sie Tschö Macht gut Hm Ich geh doch mal runter ins Wasser, ne? Ja, mach das Ja 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 komm doch zu mir, hier ist ein Ei Sei nur, du warst schon hier Boah Unterbricht mich nicht, wenn ich hier Leder geschnitten möchte Blöde Kuh Hast du jetzt alle Eier? Ja, ich hab alle Eier Schön Finde ich auch So, dann hier runter Oh mein Gott, ich hab's auch geschafft ohne so'n scheiß Fisch zu holen So So Der ist frei Komm nicht durch So So Der ist frei Komm nicht durch So Einen müssen wir noch Speicher kennen das uralten Wächterkonzept brauchen wir noch irgendwo hier grad aus Gibt's den 110er da unten mit? Ob da mal richtig Spaß denn? Shit Ich muss hier einmal runter Wieso? Was ist da? Herz Okay Irgendwo hier Oh Titz Mein Gott, wollte mich gleich angreifen Ja Ich seh es doch Aber dieses Individuum wollte mich hier angreifen Achso Da ist noch welches Das ist noch ein bisschen Abgeben, ne? Nein, wir müssen doch erstmal diesen Energiekern holen. Hier vorne, irgendwo. Wie viel Chris ist das? Jetzt mach den weg da! Film soll ich wegmachen? Oh, ich komm nicht hoch hier! Bist du fett? Ist ne Kiste. Kann ich nicht ran. Ich werde dich ja nicht unterbrochen. Ich glaube, da hat die Scheine. Ich hab's. Ja, das soll genau hier sein. Oder hier vor uns, kurz. Kurz vor uns. Die Methode der Nachtsüchtigen. Ich hab das nicht. Kannst du das teilen? Ne. Ich hab das nicht. Ja, ist ein Pech. Tu mich auch. Versuch, wenn ich dich aus dem Kampf bin, dann versuch ich's. Oder du hilfst kurz, dann geht's vielleicht ein Ticken schneller. Ich bin außer Reichweite. Danke. So, was ist das denn hier? Maradouk erfüllt die Voraussetzungen nicht für diese Quest, blablabla. Ja, was ist das für ne Quest? Weiß ich doch nicht. Na, deine... Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite.